Sie können jetzt hier definitiv den Sack zumachen, wenn sie es geschickt anstellen. Sie haben jetzt hier den Punkt eingenommen, sie haben diesen Punkt eingenommen, das gehört ihnen sowieso. Sie haben jetzt die Möglichkeit hier anzugreifen, sie können über die Hecke hier rein, sie können hier rüber rein und eventuell könnten sie hier auch noch Druck aufbauen. Sie haben jetzt alle Stellen besetzt, die wichtig sind, um Hugos Hof einzunehmen. BFTB muss jetzt ums Verrecken hier diese Hecken verteidigen, direkt um den Punkt rum und versuchen hier diese Stellen wieder gegen zu pushen, um den Feind hier rauszudrängen. Momentan sehr viele BFTBler hier vor Ort, also es könnte gut sein, dass BFTB das hier noch schafft.